So, wir gehen jetzt weiter mit unserer Reihe an Interviews im Rahmen der Kongress-MediaBox. Und ich habe jetzt Herrn Erwin Mohr, einen österreichischen Delegierten, Mitglied des Kongresses der Gemeinden und Regionen zu Gast, der heute über eine spezielle Form der überregionalen Zusammenarbeit gesprochen hat, nämlich über die sogenannten Makroregionen, die von der Europäischen Union eingeführt wurden. Können Sie uns vielleicht mal sagen, was ist denn das Spezifikum dieser sogenannten Makroregionen? Was unterscheidet Makroregionen von anderen grenzüberschreitenden Zusammenschlüssen in Europa? Also ich glaube, Makroregionen kann man am besten definieren über eine räumliche Ausdehnung. Also es gibt unglaublich viele regionale Zusammenarbeiten zwischen zwei Ländern, drei Ländern über die Grenzen hinweg. Also nicht Mitgliedstaaten, sondern Länder. Und dann gibt es Zusammenarbeit auf höherer Ebene, wo auch Mitgliedstaaten dabei sind, nicht nur Länder oder Regionen. Und das könnte man, und auch räumliche, große Ausdehnungen, das sind dann Makroregionen. Wenn man das von der Seite des Bürgers, der Betroffenen, der Leute, die dort wohnen, in diesen Gebieten betrachtet, was ist denn, wovon können solche Bewohner profitieren, wenn man jetzt an die größeren Zusammenschlüsse in einer Makroregion denkt? Also ich kann das wahrscheinlich am besten anhand eines Beispieles erklären. Es gibt eine konkrete Makroregion, das ist Donauraum. Donauraum von Bayern bis zum Mündung ins Schwarze Meer. Da sind viele Nationalstaaten, viele Regionen, Anrainer. Wenn zum Beispiel ein Mitgliedstaat im Oberlauf schmutzige Wässer hineinleitet in diesen Fluss, dann haben es alle Unterlieger, haben damit zu kämpfen, mit diesen verschmutzten Wässern. Und um diese Probleme zu lösen, wäre eine Makroregion oder soll eine Makroregion geeignet sein, wenn man da zusammensitzt und von allen anrennenden Staaten dieselben Qualitätslevels erwartet. Und zwar sind jetzt da zum Beispiel auch Nicht-EU-Mitgliedstaaten dabei, die sich nicht den EU-Normen unterwerfen müssen oder mussten. Aber im Rahmen dieser Strategie akzeptieren dann alle dieselben Levels. Und da kann man zum Beispiel über die Reinheit des Flusses, von der Quelle bis zur Mündung reden. Man kann über die Shift-Bahn machen und viele andere Dinge reden, die man sonst eigentlich in einer interregionalen Zusammenarbeit noch weniger kann. Deshalb ist hier sicher eine Makroregion geeigneter zur Lösung der Probleme. Ihr Bericht, weil Sie werden einen Bericht auch vorstellen, der im Rahmen der Plenarversammlung des Kongresses im Herbst verabschiedet werden soll, Ihr Bericht enthält auch gewisse Empfehlungen. Das heißt, Sie werden versuchen, etwaige Defizite dieser Makroregionen zu definieren und zu empfehlen, was man dabei besser machen könnte. Wissen Sie schon, was da die Schwerpunkte sein werden, die Sie ansprechen werden in Ihrem Bericht? Also in unseren Empfehlungen, die in diesem Bericht enthalten sind, sind Empfehlungen an Mitgliedstaaten, weil oft Zusammenarbeit, grenzüberschreibende Zusammenarbeit von Regionen nicht ermöglicht wird durch nationale Gesetzgebungen, durch Regelungen, die ja eigentlich nur der Nationalstaat aufweichen kann. Und an Grenzen treffen halt oft unterschiedliche Regelungen von Nationalstaaten zusammen. Und da muss man weich werden, muss aufmachen, muss sagen, da gibt es jetzt einmal ein Versuchsfeld. Und diese Dinge, da empfehlen wir den Nationalstaaten, hier dieses Feld aufzumachen, diese Zusammenarbeit, diese Kooperation zu ermöglichen, zur Lösung der Probleme, die dort stattfinden. Und das wird eine Empfehlung sein. Eine weitere Empfehlung über Makroregionen wird sein, man muss wirklich klare Ziele haben. Wir erleben auch Makroregionen, wo man sagt, wir sind eine Makroregion, weil es gut klingt, und dann passiert nichts. Das wäre ein schwerer Fehler. Also man soll nur dort Makroregionen zusammenschließen, wo wirklich ein Mehrwert für die Menschen da ist. Dies ist das Ziel. Alles andere wäre eigentlich vergebene Liebesnull. Gut, dann danke ich Ihnen schön fürs Gespräch. Gerne.